Hey Leute, ich bin Aron Asteria, Singer-Songwriter aus Rapperschwil am Zürichsee. Angefangen habe ich als Strassenmusiker, so war ich in der ganzen Schweiz in allen Städten unterwegs gewesen. Zumindest überall dort, wo die Polizei nicht allzu streng ist. 2021 habe ich den Coke Studio Soundcheck gewonnen, der grösste Schweizer Newcomer-Wettbewerb. Mit dem Preisgeld konnte ich mich als Musiker selbstständig machen. Ein Jahr später durfte ich eine Play-Show in Chur eröffnen. Dort wurde der Blick auf mich aufmerksam und nahm mich später unter Vertrag. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Etwas vom ersten, das den Blick gemacht hat, ist mich als Manager am Moon & Stars Publikum vorstellen. Er ist ganz allein mit seinen Regiertoren. Sind liebzonen! Und ab dort ging es los. Auftritt an Auftritt. Vom Strassenmusiker zum Festival Act. Es war für mich eine riesige Umstellung. Complete Madness. Ich bin sehr gerne im Studio an neue Songs herumtöfteln. Ich schreibe alle meine Songs und meine Texte selber. Aber das Beste ist es, nachher auf der Bühne zu stehen und die Songs an einem Publikum vorzustellen. Seit ich denken kann, habe ich diesen Drang, mich kreativ auszudrucken. Aber ich habe eben auch den ausgesprochene Drang, Menschen zu unterhalten. Unter diesen scheuchen Singer-Songwriter, war ich immer Trampensau gewesen. Alles, was ich will, ist ein Leben mit dir. Ich habe vor dem Start meiner Musikkarriere persönlich kein Social Media gehabt. Mittlerweile liebe ich all die Möglichkeiten, die einem die verschiedenen Plattformen bieten. Wenn ihr mehr von mir mitbekommen möchtet, dann folgt ihr auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, überall dort, wo es gute Content gibt. Und wenn ihr mich buchen möchtet, dann schreibt ihr eine Mail auf booking.aaronasteria.com Und dann komme ich zu euch, auf eure Bühne spielen. Oder auch wenn ihr keine Bühne habt, dann nehme ich meine eigene Anlage mit. Ich mache jeden Ort zu meiner Bühne. Immerhin habe ich als Strassenmusiker angefangen. Sorry, wolltest du etwas sagen? Nein. Ah, f***. Jetzt habe ich das Geräusch gehört, aber das ist von hier. Ja. 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 Ja.